Ich glaube dann mal ein Safe-Staten. Obwohl ich es nicht will. Mein absolutes No-Go ist in Bosskämpfen. In Bosskämpfen. Safe-Staten. Das mache ich nicht. Der Bosskampf muss immer von vorne beginnen. Bis zum Beispiel, wie es noch nicht mal was rechts ist. Hier ist wahrscheinlich irgendwas zum Aufsprengen. Ne? Okay. Nächstes Mal gucke ich rechts. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas übersehe, wenn wir drei Millionen Mal hin- und herlaufe. So. Der geht noch um. Das ist sowas von klar. So, diesen Kinding. Absolut nicht. So weit kommt er nämlich nicht hoch. Ich glaube, dass er nicht geschossen hat. Ich glaube, dass er jetzt instant schießt. Das hat mir nicht mal was gebracht. Ich kann einfach nur nach unten laufen. Doch, wahrscheinlich bringt mir das schon was. Jetzt habe ich da kein Safe-Staten gemacht. Ich Idiot. Warte. Ah, ja. Und? Wie geht's euch? So. Jetzt gucke ich erst mal rechts. Jetzt gucke ich rechts. Ist hier in der Wand zum Aufspringen. Nein. Also, das ist einfach nur echt ein Durchlaufraum. Moment, Schlüssel. Bombelegen. Safe State. So, die nochmal töten. Weil ich es einfach kann. Ist ja eh leicht, weil die... Weil das Ding nicht immer schießt. Ah. Ah, warten, 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 warten. Den töten. Jetzt schießt das Ding ja immer. Ich muss es eigentlich nicht tun. Ich muss es einfach nicht. Ist da eine Wand? Das würde ich nur gucken. Ist irgendwas? Ah, lieber schnell durch. Und höchstwahrscheinlich gibt es hier auch nichts. Oh. Danke. Doch, die große Kiste. Eine Kiste, die schon offen war. Was hat mir dieser Schalter jetzt gebracht? Was hat mir dieser Schalter jetzt gebracht? Warum bist du so auf so einem Podest? Warum habe ich da ein Herz unter, äh, den, äh, äh, Bomben? Ach, das macht die Tür auf. Ja, ja, warum habe ich da ein Herz? Das macht mir ein bisschen Anzeigefehler. Na, ist ja wohl. Dann bin ich wieder hier. Dann gehe ich hier lang. Also da gibt es einfach nur die große Kiste. Hände gibt es hier. Oh, ne. Ah! Äh, Licht kann ich machen. Nichts passiert. So, ich töte dich einfach mal. Ah, wieder kriege ich auch einen Feuerstab oder so. Jedenfalls total okay. Dann könnte ich jetzt schon, wie es meine, äh, Leiste verbrauchen. Ihr seid, ach, danke, dass ich meine Schlüssel verwendet habe. Ihr haltet mehr aus und könnt über Topolo rutschen oder was. Danke, Hunt. Dass du mich am Anfang wieder ranbringst. Hä, warum sehe ich nichts? Dumm. Hä, was war das denn? Warum habe ich ein Herz unter dir, äh, Leiste? Ah, jetzt müsste er damit leben. So, da drin ist nichts. Hey, jetzt habe ich wieder kein Herz. Hä? Naja, aber einfach nur Anzeigefehler. Anzeigefehler. Also. Kann ich... Bist du ein Spinner. Kann ich eigentlich die mit Puder besprühen? Und dann... Sind die leichter oder so? Ah, he. Darf mich endlich nie treffen lassen. Puder? Nein. Auch wenn die mich total töten einfach. Ich freue mich schon auf den richtigen Wassertempel. Nicht so wie Nairos Tempel, sondern richtig scheiße. Oh, stopp doch einfach bitte. Ich sehe die nicht mehr. Hui. Feuer hält nicht lange. So, endlich komme ich hier mal vorwärts. Ja, weniger. So, Bomben brauche ich ja anscheinend, weil hier gibt es Bomben. Schlüsselüber geht noch nicht lang. Hallo Auge, da war ja schon fast fair. Danke. Fliegen die immer noch? Natürlich nicht. Dann sind sie so nicht wichtig. Doch, wahrscheinlich schon, ey. Weh, der hat Auge schießt. Ah, der hat Auge schießt. Muss aber oben und unten jetzt immer. Ich muss es testen. Ich muss es leider wirklich testen. Ey, du bist so ein scheiß Ding. Am besten noch gegen den Stacheln laufen. Kann sein, immer dass ein, äh, Schlüssel runterfällt oder so. Weil ich es gemacht habe. Aber in vielen Fällen wie diesen nicht. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Das ist so weit schon unfair. Ich komme in einen Raum und werde gleich beschossen. Und dann habe ich hier diesen Scheißsafe-Set gemacht. Aber jetzt weiß ich ja, dass ich den nicht töten muss. Und dass ich da einfach lang laufen kann. Das muss man testen. Weil man diesem Spiel nichts trauen kann. Zudrohen kann. Also nicht, nicht, nicht vertrauen kann. Scheiße, das ist Schlüsseltür. Fair platziert. Durchlaufen. Auge schießt. Licht gibt es hier nicht. Hier gibt es wahrscheinlich einen großen Schlüssel. Ah. Ich habe mal Angst, dass ich hier irgendwann verpasse. Wie eine Wand oder so, die aufspringen muss. Die ganz schön fair platziert ist. Danke, dass es zu young ist. Oh, ein Schlüssel. Ne, so viel dazu. Achso, und jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Ja, okay. Ja, ja. Okay, okay. Danke, danke, danke. So, ich gehe immer durch. Und jetzt kann ich die Tür aufmachen. Mit Licht. Hui. Warum mein Herz oder nicht? Jo. Und lass mich durch. Na, na. So, so. Ich will nur den großen Schlüssel haben. Ich will den Enterhaken haben vielleicht. Nichts. Äh. Das sieht schon so abgefuckt aus hier. Mit einer Hand. Und dann bin ich hier. Nee, nach dem Schlüssel-Einsammelner. Nach dem zweiten Daumen. Dann mach ich jetzt selbst nicht. Das dauert mir immer zu lange. Meine scheißen Tellofen hier. Danke. Ey. Danke. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Scheiße. 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 Komm her, ja. Also. Speichern. Auch wenn ich nur ein Herz hab. Ist mir ja. Auf 494. Auge. Trifft mich. Jo. 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 Wenn ich einmal auf Speichern komme während dieser Aktion, ne. Dann bin ich schon am Arsch. Danke. Danke. Muss erstmal irgendwie wieder lebend ankommen, jo. Na gut. Dann müssen wir unten gehen. Unten links hat den Herzen sammeln. Mumi machen ja nur zwei Schaden. Oh, das hier gibt's auch noch. Die Hände sind ja auch nicht mal schön. Danke. Danke. Yeah. Kommt die Hand. Ja. Ich kann ja fast immer durchlaufen. So. Speichern. Leck mich doch. Speichern. Will vorankommen. Dann hab ich immer dieses Scheißbomben ausgerüstet. Oh, jetzt will ich wenigstens mal sehen, wenn ich sterbe schon. Lass mich, geh durch. Speichern. Hand, komm. Hand, komm. Gut. Speichern. Ab hier speichere ich jetzt erstmal nicht mehr. Oh, die Hand hat mich ja diesmal erwischt. Oh, nur die Hand. Hand. Ich glaub, wenn ich sie töte, kommt sie eine Weile nicht. Aber die kommt so oder so wieder. Oh, den kann mir ein bisschen entgegenkommen. Hier ist nichts. Ich seh nichts. Ich mag diese Kanonen nicht. Oh, der große Schlüssel. Hallo. Jo. Er war da oben weit gerade. Hm. Also jetzt wieder erstmal irgendwie lebend zurückkommen. Ich hab zwar vier Herzen, aber... Er ist ja nüscht. Ich muss hier warten, bis der hier ankommt. Mal gucken, wo der ist. Ah, nee, nee, nee. Hand ist nicht gut. Na, ich hab gerade überlegt. Dann müsst ihr ja den Boss nochmal machen. Und das will ich nicht. Ich lauf jetzt einfach durch. Der wird mich jetzt einmal treffen, aber das ist mal ja. Oh, doch nicht. Der geht ja doch in diese Richtung. Okay. Oh, was war das denn? Hm. Das war übelst schlecht. Er hätte eigentlich gleich so einen Durchgang einfach machen müssen. Und ich bin da. So. Dass ich den Weg einfach nicht nochmal laufen muss. Hier muss ich ja wie gesagt nicht töten. Und hallo. Große Küste. Wo ein Interianken drin ist. Was ist das denn? Oh, das Armband. Das ist gut. Damit kann ich jetzt Steine aufheben. Was mir bringt, weiß ich nicht. Hier drinnen nichts. Ah, doch. Doch, 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 doch. Ich kann da oben noch lang. Äh, da, wo ich nicht durchgegangen bin, halt. Da, wo die vier Würmer waren. Das war doch hier, oder nicht? Ja, er stach ihn hoch. Fertig. Wo bin ich? Ah, hier. Ah, hier hab ich's aufgebombt. Jetzt kommt doch eigentlich ein Boss, oder nicht? Wahrscheinlich hat das ja verschoben, diese ganze Wand. Äh, und hat da jetzt irgendwas frei gemacht mit Danke, 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 danke. Oh, das war gut. Was ich halt hochheben kann. Ah, cool. Jetzt hab ich das Armband. Jetzt kann ich so viel machen, ja. Kann so viel hochheben. Ja, töppe. Ah, ha, ha, ha. Mann. Ich bin jetzt in den Safe-State-Mode. Kommt hier nicht schon der... Hier kommt der Wurm schon. Das war doch schon... Nee, 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 der Wurm war woanders. Da kommt mein Wesen runterfallen. Oh, nein. Da kann man mit sicher auch runterfallen. Und die Stage ist kleiner. 100%. Ich töte die. Ich krieg kaum Gegenstände, mit denen ich angreifen kann. Ich brauch so einen Feuerstab, oder was auch immer. Wesen gegen die. Die geben mir schon Energie. Pfeile, Pfeile. Mir fehlt der Wurm. Außerdem, ich weiß, was in der einen Kiste drin war, die ich nicht bekommen hab. Ja, diese eine große Kiste. Da war ein Bumerang drin. Der mir nicht fürs Spielgeschehen wichtig ist. Aber den zu haben, wär schon nett. Hier ist schon der Wurm. Ich hätte auch speichern sein. Ah, 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 ah. Ah, scheiße, fahre mal. Ja, 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 ja. Feuer, feuer, feuer. Und dunkel. Ist noch besser. Ich seh, ich seh auch so viel. Ah, vielleicht. Ich seh echt viel. Ah, nee, die Stachin töten mich. Ah, ja. Ich hätte vorspeichern müssen. Ah, ah, okay, 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 okay. Wo bin ich? Ah, hier, hier geht's auch noch. Ah, okay, 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 Untertitelung des ZDF, 2020